Schon die Verkündung der Kandidatur Algül Oeskans im August stand unter keinem guten Stern. Kurz nachdem Oeskan die Partei über ihre Erkrankung informiert hatte, war durchgesickert, dass die ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete und niedersächsische Integrationsministerin für die Hamburger CDU ins Rennen gehen soll. Die Partei wollte ihr bis Ende des Jahres Zeit geben, gesund zu werden. Nun erklärt die 47-Jährige schriftlich, nicht für die Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen. Diese Entscheidung erfolgt auch aus Respekt vor der bedeutenden und herausfordernden Aufgabe. Es ist für mich keine einfache Entscheidung, zumal ich auch aus der Partei in den letzten Wochen sehr großen Zuspruch bekommen habe. Aber es gibt Momente im Leben, in denen man innehält, Ereignisse und bisherige Pläne überdenkt und neu bewertet. In der Folge musste ich meine Prioritäten anders und neu setzen. Fraktion-Chef André Trepol und Parteichef Roland Heinze müssen bei der Kandidatensuche nun wieder bei Null anfangen. Eigentlich wollten sie die Frage der Spitzenkandidatur unter sich ausmachen. Nach Informationen des Hamburg-Journals war es Altbürgermeister Ole von Beust, der sich hinter den Kulissen vehement für Algül Oeskan stark gemacht hatte. Ob nun Trepol selbst seinen Hut in den Ring wirft, ist völlig offen. Morgen Abend kommt der CDU-Landesvorstand zu einem Krisentreffen zusammen. Bei mir im Studio ist jetzt der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Weinberg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Es gibt nun erste Meldungen, dass Nikolaus Hill gekürt werden soll zum Spitzenkandidaten. Ist da was dran? Also zunächst einmal die Erklärung von Algül Oeskan ist wenige Stunden alt. Und ich glaube, es ist das Normalste von der Welt, dass man zunächst einmal ihr persönlich alles Gute wünscht. Für den weiteren Genesungsprozess, mit Familie, mit Freunden, mit Ärzten. Das steht im Vordergrund. Also das Innehalten, wie sie selbst es auch genannt hat. Und deswegen ist es jetzt auch an der Unzeit und wäre, glaube ich, auch stillos, wenn man jetzt sozusagen wenige Stunden später bereits mit Kandidaten jongliert. Die Partei wird sich Gedanken machen, in Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Und dann werden sicherlich viele gute Kandidaten auch besprochen werden. Aber das ist heute nicht der Zeitpunkt, auch nicht morgen der Zeitpunkt. Wir haben noch 16 Monate bis zur Bürgerschaftswahl. Zweimal Weihnachten, Aufstieg vom HSV und St. Pauli. Und deswegen, glaube ich, werden wir uns da Zeit nehmen, die Zeit, die wir brauchen, in Ruhe. Und dann auch mit Nachhaltigkeit eine gute Kandidatur hinzubekommen. Wie schwer hat Sie die Absage jetzt erschüttert? Ja, zunächst einmal denke ich an das Persönliche und an die Person Algül Oeskan. Ich kenne sie auch aus Altona. Und das nimmt dann schon mit. Und das muss man ein bisschen trennen auch vom Politischen. Deswegen bitte ich ja auch um Verständnis, dass man zunächst einmal, glaube ich, auch hier in einem Schwerpunkt liegt. Es ist jetzt an der Zeit, das politisch zu bewerten. Und das werden wir auch tun, wie gesagt. Und ja, die Hoffnung war noch da. Aber Gesundheit und der Gesundheitsprozess geht vor. Und das Profil, die Person Algül Oeskan hat mich überzeugt, hat die Partei in weiten Teilen überzeugt. Wäre toll für die Stadt gewesen. Aber nun müssen wir schauen, dass wir dann entsprechend einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin nominieren. Wir wünschen ihr natürlich auch alles Gute an dieser Stelle.